Was ist der fulminante Vortrag von Herrn Nationalrat Luzi Stamm? Was ist der fulminante Vortrag von Herrn Nationalrat Luzi Stamm? Was ist der fulminante Vortrag von Herrn Nationalrat Luzi Stamm? Was ist der fulminante Vortrag von Herrn Nationalrat Luzi Stamm? Was ist der fulminante Vortrag von Herrn Nationalrat Luzi Stamm? Und Banknoten zu, da fehlt das Buchgeld oder Schiralgeld. Und den Begriff Schiralgeld oder Buchgeld müssen wir in die Verfassung nehmen, um die Gesetzeslücke zu schliessen, weil, wie Sie vorher gehört haben, der grösste Teil, 90 Prozent, vom Geld ja gar nicht von der Nationalbank kommt, sondern von den privaten Banken geschaffen wird als Schiralgeld. Der zweite Punkt, mit der Vollgeldreform gibt es nur noch eine Art von Geld. Es ist auch nicht einzugesehen, warum wir zwei verschiedene Arten von Geld brauchen, eben einerseits Nationalbankgeld und andererseits Bankengeld. Es gibt kein fraktionales Reservesystem mehr, wie das so schön heisst. Es gibt keine multiplen Geldschöpfung mehr, wenn wir die Vollgeldreform einführen. Dritter Punkt, das Vollgeld wird schuld- und zinsfrei geschaffen. Und zwar ähnlich, wie es heute bereits bei den Münzen der Fall ist. Münzen werden ebenfalls schuld- und zinsfrei geschaffen und werden der Nationalbank zur Verfügung gestellt. Es gibt nach der Vollgeldreform keine Bankenschuld-Geld mehr. Das Merkmal vom Schiralgeld ist, dass es eben als Schuld geschaffen wird, als Kredit in den Umlauf kommt. Und das Merkmal vom Vollgeld ist, dass es ohne Schuld geschaffen wird. Das ist übrigens der Hintergrund der ganzen Schulden-Misere, die wir heute nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt haben. Solange das Geld als Schuld geschaffen wird, kommen wir von diesem Schuldenzwang nicht weg. Der vierte Punkt, der Herstellungsgewinn, der mit der Schöpfung oder der Schaffung vom Geld verbunden ist, die sogenannte Seniorage, wird der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Steht allen und nicht nur wenigen Banken und angehörigen Bankaktionären zur Verfügung. Auszahlung erfolgt von diesem Vollgeld via Parlament, Bund oder Kanton oder auch neu direkt zu den Bürgern in Form von einer Gutschrift. Sie sehen, das Programm unterscheidet sich fest von den Goldinitiativen, von denen, die die Goldinitiativen wollen. Die drei Punkte habe ich hier noch einmal aufgeführt. Und doch werden die beiden Initiativen immer wieder miteinander in den Medien vorgestellt. Aber nur einmal, es ist nicht so, dass das eine das andere würde ersetzen. Ein kleiner Beweis in unserem Verfassungsvorschlag, wo natürlich einiges umfassender ist als nur der Begriff Schiralgeld, wie ich vorhin gesagt habe, steht. Und haben wir auch mit Absicht, der jetzige Paragraf 99.3 lässt stehen. Die Schweizerische Nationalbank bildet aus ihren Erträgen ausreichende Währungsreserven. Ein Teil dieser Reserven wird in Gold gehalten. Es steht jetzt allerdings keine Prozentzahl drin, aber den Passus haben wir drin gelassen. Genau aus dieser Überlegung, weil wir gefunden haben, das widerspricht unserer Intention, unserer Initiative nicht. Es gibt aber darüber hinaus natürlich noch Gemeinsamkeiten. Die echte Sorge um das Schweizer Geld- und Währungswesen, weil es auch im Referat vom Herrn Stamm zum Ausdruck kam. Suche nach einem besseren Geld. Die ewig Aufblaserei von den Geldmengen müssen wir vermeiden, müssen wir abstellen. Inflation, Gefahr, Dämme, der Kaufkraftverlust, der damit verbunden ist, oder die Vermögensentwertung, oder die Finanzblase, wo wir nicht mehr davon reden. Die Unsicherheit, dass eben das Giral-Geld verschwinden kann. Zum Beispiel, wenn eine Bank in eine Regel angekommt und alle Kunden möchten ihr Geld holen, ist das Geld einfach nicht da, weil das Giral-Geld ja gar nicht Nationalbankgeld ist, sondern nur ein Anspruch auf Geld. Und wenn wir den Anspruch, alle Leute den Anspruch auf einmal einlösen möchten, oder auch nur einen gewissen Prozentsatz der Kunden, auf einmal den Anspruch einlösen möchten, ist das Geld gar nicht vorhanden. Wenn die Instabilität des Systems, das hoch und runter, boom und passt, zyklen, die müssen wir ausgleichen, die müssen wir glätten, so weit das geht. Eine völlig starre Stabilität werden wir nicht herbeiführen. Währungs-Turbulenzen müssen wir in den Griff bekommen. Ein weiteres Anliegen ist natürlich, dass wir die ewigen Krisen und Crash, Gefahren, Pannen, ein anderes, gemeinsames Anliegen, eine vernünftige Deckung vom Geld, ein Geldanker, ein Geldanker, ein realer Gegenwert, ein vertrauenswürdiger Wert von dem Geld, müssen wir garantieren. Dann Schuldenspiralen, dass die zunehmende Verschuldung, die dazu führt, dass unter anderem eben die Finanzblase entsteht oder letztlich zu einer Staatsverschuldung führen, weil wir Banken, die es übertrieben haben, muss retten aus systemischen Gründen. Und ein letzter Punkt, den ich da noch aufgegriffen habe, die Unabhängigkeit müssen wir erhöhen, die Unabhängigkeit von der Nationalbank, aber auch von der Schweiz, der Pressbarkeit sowohl von der einen wie von der anderen müssen wir bremsen. Jetzt im Zusammenhang mit diesen Goldinitiativen sind eigentlich Fragen nicht explizit behandelt, die aber mit den beiden Initiativen zusammenhangen. Da habe ich eine Liste von Fragen aufgeschrieben. Ich würde jetzt hier nicht der Reihe noch durchgehen. Wir können sie für die Diskussion nachher einmal stehen lassen. Die einen oder die anderen können wir aufgreifen. die Hauptfragen, die ich mich stelle, oder die wir uns von unserer Seite stellen, sind die vorher aufgezählten Probleme mittels Goldbindung lösbar oder sind sie vielversprechender lösbar mit einer Vollgeldinitiative. Wobei ich auch hier jetzt sage, Goldinitiative verspricht ja nicht, alle die Probleme zu lösen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt ins Podium übergehen und dann können wir, wenn wir wollen, die Fragen aufgreifen oder wir können sie auch von Leuten aus dem Publikum stellen. Vielen Dank.